Vor 7, 8 Jahren hat es eben genau so angefangen, wie es bei jedem heutzutage nicht anfängt. Der Kumpel sagt, ey, pass mal auf, ich habe ein cooles Spiel und man gibt gerne bei seinen Kollegen an. Der eine hat ein cooles Auto, der andere hat eine coole Wohnung und bei uns war es eben so, hey, wir haben was cooles im Spiel gemacht, lass uns das mal der Welt präsentieren. Erst mal angefangen, bin das Movie Maker und dann eben weitergemacht. Irgendwie war mein Interesse einfach zu groß. Ich wollte einfach irgendwas damit machen. Ich wollte nicht nur irgendwelche Sachen ab und an raushauen. Das erste Video, was ich hochladen habe, habe ich tatsächlich sogar noch. Das war damals noch Counter-Strike Source 2007 oder Sonstiges. Keine Qualitätsansprüche, gar nichts und ich war richtig happy, als ich einen Effekt geschafft habe, dass das Bild geblinkt hat. Da war ich so stolz drauf auf den Effekt. Meine Mutter extremst gegen FPS und alle Arten von Pew Pew. Also muss ich ihr erklären, pass auf Mutti, ich mache Videos. Irgendwann findet sie die Videos. Gut, Counter-Strike mag sie nicht, aber sie akzeptiert es, weil ich es mag und hat mich dann dadurch eigentlich immer wieder unterstützt. Und mittlerweile, weil es halt überall in den Arenen und Sonstiges ist, dann linke ich denen einfach den Stream von, keine Ahnung, jetzt eh Salomon Cologne eben. Wenn man Training oder Sonstiges hat wie ich, muss man vorkaufen. Ich kann nicht drei-, viermal am Tag in der Küche stehen. YouTube-Videos. Man sitzt den ganzen Tag. Die logische Erklärung, man muss sich bewegen. Dementsprechend gehe ich ins Fitnessstudio die ganze Zeit. Es ist auch so weit gekommen, dass ich tatsächlich in Wettkämpfen teilgenommen habe. Also das heißt, Men's Physik Wettkämpfe. Das ist eigentlich so mein Ausgleich. Wird nicht studiert. Bewegung. Sechsmal die Woche. Okay, wo sind die Leute, die jetzt hier, die müssen jetzt rein chatten. Ich stehe gerade in Seven das Erste, was ich höre. Guys, come on! Performance ist generell einfach extrem wichtig. Die Performance beim Streamen. Du brauchst die CPU-Leistung für CSGO, aber auch fürs Streamen. Wenn du nicht einen Streaming-PC hast und das über einen PC läuft, läuft es dann dementsprechend flüssig oder flüssiger, wenn du eine krasse Grafikkarte hast. Katowice ist ja auch verschieden als eines der größten Turniere, aber jetzt ESA und Cologne. Als das passiert ist, ist es doch noch eine Etage höher gewesen. Also Cologne, das Feeling, die Location, die Leute. Das ist einfach das größte Turnier, das geilste Feeling. Im Grunde genommen habe ich schon gut viel erreicht, aber am Ende des Tages wirst du einfach nicht stillstehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.